Servus, was geht? Ich bin's wieder, euer Elferred Gaming mit dem neuen Planvideo am Start. Call of Duty, One Zone, Hashtag 04, um 9 bis 12, Dienstag, Kingdom Hearts 1, dritte Runde, 20 Uhr bis 23 Uhr Mittwoch, Star Wars The Jedi Fallen Order, die sechste Runde um 14 bis 17 Uhr, dann am Abend, Fortnite, Hashtag 190, von 20 Uhr bis 23 Uhr, Donnerstag, FIFA 20, Ultimate Team, Hashtag 49, die Vegan League ist nicht so gut ausgefallen, da haben wir halt nur Silver 1 Rewards, aber wenigstens sind wir qualifiziert für die nächste Vegan League, da machen wir es auf jeden Fall besser, und wir sehen uns da um 16 Uhr am Donnerstag für das Pack Opening von den Rewards Silver 1 plus Division Rivals. Jo, Deponia 2, FK Projekt geht weiter in die 10. Runde um 19 Uhr, dann anschließend am Donnerstag bis 22 Uhr, Freitag, Fortnite, Hashtag 191, von 20 Uhr bis 23 Uhr, Samstag, FIFA 20, Ultimate Team, Hashtag 50, von Freitag auf Samstag die Nacht um 12 Uhr, also 0 Uhr bis 3 Uhr, Vegan League Start. Sonntag, dann mittags um FIFA 20, Ultimate Team, Hashtag 51, von 14 bis 18 Uhr, nochmal die zweite Runde der Vegan League, und abends ist Watson Time, von 21 Uhr bis 0 Uhr, Hashtag 05. Sonntag auf Montagnacht, dann der Rest der Vegan League, der Endspurt, FIFA 20, Ultimate Team, Hashtag 52, von 0 Uhr bis 2 Uhr. Das ist die Woche vom 20. April bis zum 27. April. Bis dann, hau der Rinner, euer Alpharet Gaming, und ciao! Ciao!